unten rechts an dem runden ding die geschwindigkeit bitte erhöhen ja die tagesthemen sehen wir jetzt ja gleich hier ja es wird darum gehen und zwar diesmal auch von dem inhalten her von den reformkonzepten her warum jetzt die neue entstehende volkspartei das ende für die linkspartei und und sarah wagenknecht bedeuten kann das endgültige aus sozusagen denn die parteienlandschaft wenn die 56 prozent durch die externen reformer next scientists for future de ins spiel kommen dann bedeutet dass das aus mancher parteien wir fangen mit der linkspartei an und gucken uns auch ihre konzepte an und die baufehler ihrer konzepte warum sie auch immer bisher scheitern mussten und nie in die nähe von 50 51 prozent gekommen sind und warum eben die next scientists for future de mit mit ihren reformen bei einer simulierten bundestagswahl auf 56 prozent gekommen sind und diese 56 prozent wollen sie ja übertragen auf die neue entstehende heranreifende neue groß volkspartei in die wo für die ja dann auch oder mit denen dann auch die solche diese promis hier alle ja in kontakt stehen teilweise mitglieder sind und so weiter ja und dann gucken wir mal sozusagen ein paar aber erst machen wir ein paar kurz nachrichten und dazu gehen wir vor allem erst mal auf die tages situation ein der live ticker next scientists for future punkt die erster link live ticker ja also dann schauen wir uns mal an die letzte meldung war ja gewesen unten sind ja immer die älteren melderung oben die neueren im live ticker ich gehe mal ein bisschen rüber so vielleicht ein bisschen schöner ja da war ging es ja darum dass bitburg und landau und saarbrücken offensichtlich die städte versucht haben die infotour zu verhindern irgendwo in landau glaube ich war es ein platzverweis und so weiter artet das immer mehr in einen unschönen kampf in dem staat aus ich kann nur hoffen dass das ganze trotzdem viel bekanntheit und publicity bringt so nach dem motto jede publicity ist gute publicity schluck wasser und dass ich nicht gerade die medien einfach nur darauf einschießen grundsätzlich nur noch drauf zu hauen und diese befürchtung dass es das vielleicht nur noch drauf gehauen wird da haben wir noch hier noch was die nächste meldung war dann gestern gab es dann doch einige ereignisse die zu zu sichten und so weiter sie sehen es ist auch ein langer bericht geworden über gestern denn zdf history und das ist ja nicht irgendjemand sondern das sind dann ja wahrscheinlich zwei millionen zuschauer oder so ja ich weiß es nicht wie 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 hoch die einschaltquoten da sind zdf history prügelt verbal auf artiller hielt man mit dem fing es an und dann auf dr schiffmann ein als verschwörungstheoretiker hoffentlich hat das keine negativen auf auswirkungen auf den wahl erfolg die sendung geht weiter alle verschwörungstheoretiker des internets werden gezeigt und dr schiffmann als einer mitten unter ihnen hingestellt quasi genau deswegen sind die externen reformer so wichtig sie verstehen es versöhnend in der mitte und erklären naturwissenschaftlich verschwörungstheoretiker ahnen richtig das was schief läuft nur wählen sie die zu einfache erklärung dass nämlich alle menschen plötzlich kriminelle schwarze schafe seien die uns böses wollten alle die da oben sozusagen um kasse zu machen die naturwissenschaft erklärt sicher gibt es überall einige wenige schwarze schafe mit krimineller energie und es wird ja spannend sein ob es gelingt zum beispiel professor drosten solch einer kriminellen energie wirklich zu überführen sozusagen ja aber die evolution der masse läuft eben anders vor langer zeit war ein war ein arzt in dem irrtum und so weiter also da wird genau beschrieben wie eben die er ein arzt den irrtum hat kille viren sind allmächtige killer sie können das ja alles selber nachlesen auf dem live ticker die ein arzt also viren und bakterien diese winzigen dinge sind die absoluten killer und gesund gesunde also giftige ernährung giftiges wasser giftige luft also toxine überall und so weiter das spielt alles keine rolle denaturierter lebensstil sucht tendenzen sucht mittel sucht gifte sucht über ess sucht und so weiter alles spielt keine rolle wichtigste sind die viren und bakterien und dieser irrtum der führte natürlich dann wenn man da diesen irrtum in der beratung sozusagen als killer virus das des geistes als parasitäres meme als vorteilbringenden irrtum in die köpfe der kunden hineinpflanzen kann und das gelingt sozusagen dann kaufen die einem natürlich eine unmenge maßnahmen gegen diese viren und bakterien ab und dann kann man richtig gut daran verdienen dadurch breitet sich in den leib in den vielen leiblichen kindern und vielen geistigen kindern und schülern und nachahmern breitet sich natürlich dann schluck wasser dieser vorteilbringende irrtum wie eben ein killer virus des geistes in der ganzen welt aus das heißt dieses virus tragen dann eben nicht nur diejenigen die sozusagen letztendlich davon profitieren sondern wie bei jeder manipulation oder wie bei jedem parasitismus in der natur tragen den dann auch die wirte also die opfer des ganzen und die werden dann halt nur geschädigt von diesem irrtum denn dieser irrtum ist ja nur für für die medizin sparen ein vorteilbringender irrtum und für den rest der welt ist es ein parasitärer schädlicher irrtum sozusagen und und ja und dadurch werden die menschen immer kränker und das geschäft läuft und ja und das ist eben der die sache dabei wie wollen wir jetzt die schwierigkeit wird jetzt vor gericht sein nachzuweisen dass eben drosten sich nicht nur geirrt hat und von daher falsch beraten hat sondern dass er auch schuldhaft sich geirrt hat also schuldhaft irrtümer verbreitet hat das wäre dann sozusagen ja eben betrug oder oder lüge oder oder irgendwie auf jeden fall aktive schädigung ja und das wäre interessant ob man das eben wird beweisen können und ob man ihn deswegen wird verurteilen können sozusagen oder ob er wenigstens dann haften muss für die folgen seines eben ja eben nicht wahren rates oder so ja aber das das ist das ist spannend das kann man ja mal abwarten ja und dann also lesen sie das alles ruhig ausführlich und dann die nächste sache war eva rosen hielt eine relativ heftig rede in bad homburg von der polizei unterbrochen die die einhaltung der regeln fordert eva rosen tut sich schwer zu akzeptieren dass in einer demokratie die sich irrende masse das sagen hat ja das ist ja das problem dass wir natürlich entsetzt sind wie sich die masse so aufgrund dieser vorteilbringenden irrtümer dieser killerviren des geistes in den kopfens kopfen sich so eben zentral das falsche entscheiden kann aber das ist dass das das problem in der demokratie und wenn wir mit den reformen der next scientists for future de die vorteilbringenden irrtümer aus der gesellschaft rausbringen dann wird auch automatisch die demokratie besser weil dann die masse nicht mehr voll ist von killerviren des geistes ja aber bis dahin müssen wir einfach ein nicht dazu neigen dass wir sagen wir wissen es besser als die masse und wir sind jetzt die demokratie sondern wir müssen das akzeptieren und müssen halt reformieren und müssen uns auf die parteiarbeit kommen konzentrieren anstatt uns immer mit den polizisten rum zu zanken sozusagen und und dann also nur über den weg der partei und der parteien und die gekonnten reformen der externen reformer können wir eine gesundheit gesunde gesellschaft erzeugen ohne vorteilbringende irrtümer beziehungsweise killerviren des geistes beziehungsweise parasitäre meme was so da können sie oder in der wissenschaft darunter google unter parasitäre meme ja wäre es nicht sinnvoller sich auf die wahlen zu konzentrieren statt immer wieder mit der staatsgewalt aneinander zu geraten tue durch die senderstadt info tue durch die städte ja ich erwarte gerade einen anruf von herrn elia t also dem sender et nicht epoch times sondern elia t t vielleicht macht er fängt er an mit dieser tour durch die sender dazu einzuladen ja kann die neue große volkspartei aufblühen wenn die großen medien auf alles nur noch ein prügeln wegen einer verhärteten verhärteten feindschaft wird die feindschaft durch jede umstimmigkeit mit der polizei nicht noch stärker und verhärteter können wir so noch die wahlen gewinnen ich kann nur hoffen dass wir bei alledem trotzdem so viel publicity gewinnen dass es sich am ende positiv auswirkt auf dem wahl erfolg ja ich hoffe dass das genau so läuft. Ja, wäre schön, das ist dann die letzte Meldung im Live-Ticker, wäre schön, wenn sich alle auf die Tour durch die Sender konzentrieren würden. Promis, Parteivertreter und externe Reformer sprechen mit Moderatoren vor Millionen Zuschauern über die Reformierung Deutschlands, statt dass die ersten Medien vor Millionen Zuschauern gegen alle Corona-nachdenklichen hetzen wegen der Demos und der umstrittenen Situation dort. Ja, so, dann haben wir wieder unser Tagesbild. Das ist also die Linken, die Dunkelroten sozusagen, die ja letztendlich in der Urne versenkt werden, aber nicht in der Wahlurne, sondern in der Urne des Endes sozusagen versenkt werden. Kommen wir ja gleich zu mit allen inhaltlichen Begründungen. Dann noch so ein paar Kurznachrichten. Welcher Politiker, bitteschön, ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass, wenn sogar mehrere hundert Sechsjährige nach Aussagen einer Klinikenkette Corona überlebt haben, ja, bitteschön, welcher Politiker in Deutschland aus der gesamten Masse der vielen unzähligen Politiker ist denn gestorben an Corona? Ja, bei der Pest sind ganze Straßenzüge gestorben und so weiter. Ja, das war durchaus zumindest zu der damaligen Ernährungs- und Hygienesituation schlechten Rahmenbedingungen, wirklich dann in den schlechten Rahmenbedingungen hat sich die Pest wirklich als Killer ausgewirkt. Aber was ist, welcher Politiker ist denn gestorben? Ja, kein einziger meines Wissens, ja. Und Oppermann ist an was anderem gestorben, aber nicht an der Corona. Ja, eine Kette von Begegnungen ohne Maske führt doch zu jedem Menschen, ja. Also das Virus hat doch immer noch freie Bahn, wenn auch nicht so häufig, ja. Denn zum Beispiel zwei Liebespartner, Ehepartner haben doch Kontakt miteinander. Sie haben Kontakt mit ihren Kindern, ne, Schluck Wasser. Und jeder der beiden Liebespartner begegne doch zum Beispiel anderen Bekannten ohne Maske und so weiter, ja. Und wenn sie da mal eine Kette machen, dann hat doch das Virus immer noch trotz aller Maßnahmen immer noch völlig freien Weg zu jedem Menschen in der Gesellschaft. Ja, warum, ja, warum, warum sterben dann so wenige, ja. Und wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass eben die Medizinindustrie aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer selbst die Knappheit der Intensivbetten selber konstruiert, ohne böse Absicht, aber die, die sozusagen, mittlerweile hat sich das Medizinsystem so stark auch auf Corona eingestellt, dass jetzt dann, was weiß ich, pflege, getestete Pflegekräfte mengenweise in Quarantäne geschickt werden, also dadurch Intensivbetten wegfallen und dadurch, dass eben empfohlen wurde, mit der Beatmung großzügiger zu sein, jetzt viel zu vorschnell sozusagen auf Nummer Sicherheit gehend, Intensivbetten mit leicht kranken Fällen belegt werden. Ein Arzt aus Italien sagte das ja ganz offen, wir werden überflutet mit leicht kranken Leuten, die in die Krankenhäuser drängen und dadurch für einen künstlichen Engpass sorgen, ja, aufgrund der Panikmache der Regierungen der Welt und so weiter, ne. Ja, dann noch eine kurze Nachricht, die Reichsbürger, ja, wie sollen Start-ups in Zukunft hochkommen, also wenn ich, wenn ich Zins und Zinseszins wegnehme, dann, dann die, all die Leute, die Geld anlegen, ja, die wollen doch, dass das Geld irgendwo dann als Kredit oder als Start-up-Hilfe oder, ja, irgendwo investiert wird, reingegeben wird. Sie tragen dabei ein gewisses kleines Risiko, dass das Geld auch verloren gehen könnte und dafür als Ausgleich wollen sie relativ hohe Zinsen haben, sonst vergeben sie das Geld nicht. Wie sollen jetzt aber in einer Welt, wo viele Konzerne eine marktbeherrschende Position haben, jetzt Start-ups überhaupt hochkommen können, wenn, wenn, wenn es für die Investoren und die, die Geldverleiher grundsätzlich keine Zinsen mehr geben soll, für die Kreditgeber und so weiter, würde dann nicht die Wirtschaft sozusagen völlig verarmen und das Hochkommen neuer, interessanter Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen können, einfach verhindert werden. Also deswegen, und das offensichtlich ist bei den Reichs-, sogenannten Reichsbürgern eben sind auch solche Konzepte von Silvio Gesell, so diese Zinskritik und so weiter, Mode. Faktisch ist aber, diese Zinskritik läuft am Ende auch auf eine Enteignungstendenz hin, weil ja dann die ganzen Leute, die Geld haben sozusagen, nicht mehr, noch nicht mal mehr die Inflationsrate mehr rausbekommen und also ihr Vermögen dann von Stunde zu Stunde schrumpft und das ist letztendlich eine faktische Enteignung der Vermögenden, aller Vermögenden, auch der kleinen Sparer letztendlich und so weiter. Und das läuft ja sowieso auch im Moment schon. Im Moment gibt's ja praktisch schon kaum noch Zinsen, ja. Und von daher solch ein Enteignungsprogramm kann dazu führen, dass eben immer weniger Arbeitsplätze am Ende da sind, dass die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft im Lande zurückgeht und viele Arbeitslosen entstehen und so weiter. Und ja, also viele schädigende Sachen und von daher, ja, das Konzept der Reichsbürger, da kann ich keinen Sinn drin erkennen. Ja, und dazu kommen wir jetzt nämlich zu dem großen Tagesthema, nämlich nochmal zur Erinnerung. Also, ich gehe jetzt mal hier drüben nochmal auf die zweite Sache rüber. Also, die simulierte Bundestagswahl, das ist jetzt sozusagen 56 Prozent war, wenn die Wähler etwas ausführlicher die Reformen kennenlernen konnten, nämlich circa 50 Minuten waren es circa 56 Prozent Wählerstimmen und bei 30, 35 Minuten nur, weil die Zeit zu kurz war, nur 44 Prozent der Wählerstimmen. Diese Zahl finden Sie hier. Das war ein Vertreter der, des Weltrates, der Next Scientists for Future, ja. So, denn dieser Weltrat hat ja insgesamt mit einigen seiner Vertreter und so weiter. Und manche Professoren sind sogar schon 60 Jahre in der Wissenschaft und so weiter, hat ja eine Geschichte schon von über 50 Jahren hinter sich, ne. Und wenn man nur diese 44 Prozent, jetzt sagen wir also sozusagen, nee, die 56 Prozent, diese 50 Minuten Information der Wähler, das schaffen wir nicht, ja, sondern wir schaffen nur 35 Minuten Information der Wähler, dann, dann sozusagen, dann sind es nur 44 Prozent und dann sieht man schon, welchen Kahlschlag, das bei den Parteien auslöst. Und bei der Linken räubert dann, räubert dann die neue Partei, die neue Volkspartei, sozusagen würde dann jetzt alles wegräumen, bei der FDP genauso alles wegräubern, sozusagen. Und bei, bei, sozusagen, äh, ähm, äh, 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 sozusagen, äh, äh, CDU, 15 Prozent wegräubern, wenn die, wenn man die heutigen Zahlen nimmt, wie waren die? Gestern habe ich mal geguckt, wie sind die zurzeit ungefähr die heutigen Zahlen? Im Moment liegt es bei, äh, äh, CDU eher bei 36 Prozent in den Vorhersagen oder Oder Umfragen, die ja nicht so genau sind wie echte, sozusagen simulierte Bundestagswahlen, weil ja die befragten Wähler immer wissen, aha, woher haben die meine Telefonnummer oder fragen die mich auf der Straße, dann sehen sie ja, wie ich aussehe. Also ich bin rückverfolgbar, ich bin identifizierbar und da sage ich dann lieber nicht die Wahrheit, sondern sage nur, dass ich eine Partei wähle, die sozial erwünscht ist, aber sozial unerwünschte Parteien, dass ich die wählen werde, das sage ich erst gar nicht. Und während in einer simulierten Bundestagswahl kommen die Zettel in eine anonyme Urne. Es ist nicht verfolgbar, anhand des Kreuzchens ist nicht rückverfolgbar, wer welchen Zettel ausgefüllt hat. Und dann haben die Leute sozusagen keine Angst, da die Wahrheit anzukreuzen. Und auch hinterher, wenn sie dann die Begründung schreiben, dann haben sie nicht die Sorge, dass man das rückverfolgen könnte auf ihre Person. Und dadurch sind die Ergebnisse besser, also als bessere Ergebnisse zu erwarten als jede Umfrage. So und also 36, wenn man da mal 15 Prozent abzieht, sind das gerade mal 21 Prozent. Das heißt also mit 22 Prozent dann könnte die neue Partei den Kanzler stellen. Also sie bräuchte die 44, die hier stehen, gar nicht. Also sie bräuchte weder die 56, noch die unter 50 Minuten Kennenlernzeit, noch die 44 Prozent unter 21 oder 35 Minuten Kennenlernzeit. Sondern sie bräuchte davon nur die, noch nicht mal die Hälfte, nämlich 22, was habe ich eben gesagt, 22 Prozent bräuchte sie, um den Kanzler zu stellen, weil sie die CDU dann nur noch 21 Prozent hätte. Also würde die Regierungsbildung von der neuen Volkspartei ausgehen, schon bei 21 Prozent. Und ja, wobei natürlich ich jetzt den Fehler gemacht habe, dass natürlich dann schon die Volkspartei, die neue Volkspartei 44 Prozent haben müsste, weil ja dann nur 15 Prozent abgezogen werden von der CDU. Er bereicht die Partei, sagen wir mal nur 30 Prozent, werden auch natürlich nur 13 Prozent bei der CDU abgezogen oder 12 Prozent. Dann hat sie noch 24 Prozent, ja. Und ja, aber auf jeden Fall, es gibt irgendwo einen Punkt, wo, was weiß ich, die neue Volkspartei ungefähr vielleicht 28 oder 27 Prozent bekommen muss und wo dann die CDU mit 26 Prozent drunter liegt, zum Beispiel, ja. Außerdem gibt es ja auch noch die Möglichkeit, bei Gleichstand oder bei geringfügig weniger, mit einer anderen Koalition die CDU insgesamt auszuboten und den Kanzler zu stellen und die CDU in die Opposition zu schicken durch eine Koalition. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, die sind aber nur offen, Schluck Wasser. Wenn jetzt auch die anderen Parteien nach wir2020.de sozusagen sich auch noch entscheiden, mit den von uns ja vorgeschlagenen fünf bis sechs externen Reformern wirklich auch zusammenzuarbeiten und sich von denen beraten zu lassen und nicht in der Illusion verbleiben, die Promis alleine und irgendwie mal so eben auf die schnelle ausgedachte Reformen würden die Wähler wirklich vom Hocker reißen, sozusagen. Das hat man ja gesehen bei Michael Ballberg, der ja sehr prominent geworden ist, dass er gerade mal mit 2,6 Prozent abgestraft wurde, quasi weit entfernt von einem Erfolg, weil die Wähler natürlich nicht nur Promis wählen. Promis sind eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt bekannt werden zu können. Aber Promis selbst schießen ja keine Tore. Promis selbst haben ja keine kompetenten Reformen, sondern da müssen die, so wie das die VIR-Partei VIR 2020-Mitglieder ja richtig gemacht haben, dass sie intensiv, kooperativ mit den externen Reformern, besonders mit Economy for Mankind, Lösungen.jetzt und Next Scientist for Future intensiv Sendungen produziert haben und Sendungen veröffentlicht haben und so weiter. Das ist der, die machen das richtig, nur ist es bei VIR 2020.de noch ein bisschen unklar, was am Ende da an Promis zu Buch stehen wird. Und wenn da ein relevanter Promi, vielleicht Dr. Schiffmann, sich eben nicht für EU entscheidet, sondern für DE entscheidet und dann noch andere Promis dazukommen oder so, dann wäre es so, dass das wohl ausreichen würde, um dann zusammen mit dem guten Wahlprogramm tatsächlich zu einem Wahlsieg zu führen. Ich rede schon wieder zu schnell und das ist sehr anstrengend. Schluck Wasser. Ja, und die Linke steht in der neuesten Statistik, also 36 CDU, Grüne 19, SPD 16 circa, AfD 9, die Linke 7, die FDP 6 und die Linke da ja sozusagen. Ja, welche Konzepte hat denn die Linke? Also wir erinnern uns, Sarah Wagenknecht, als sehr vernünftige Person, will ja eigentlich immer nur eine sehr drastische Umverteilung. Hier sind ja solche Sätze von Linksparteimitgliedern wie, ja, die Reichen erschießen oder die Reichen ins Arbeitslager, auch wenn sie humoristisch gemeint sind, ja, solche Sätze humoristisch gemeint waren eventuell, ja, dann sozusagen solche Sätze stammen ja, sind ja typische vorteilbringende Irrtümer der Waffenindustrie. Also sozusagen, wir müssen ja davon ausgehen, dass vielleicht Karl Marx nur deswegen so bekannt geworden war, weil irgendwelche Vertreter der Waffenindustrie, ja, vielleicht irgendwie von seinem Konzept, das Kampf ums Dasein, nämlich die Revolutionäre töten die Reichen und werden dann selber die Herrscher und so weiter, irgendwie fasziniert waren und vielleicht die Bücher von Karl Marx finanziell irgendwie mit gesponsert haben oder irgendwie mit dafür gesorgt haben, dass die dann plötzlich doch sehr viel verkauft wurden, diese Bücher und so weiter. Wer weiß, was da genau abgelaufen ist. Vielleicht war einfach, weil in der Waffenindustrie gibt es einfach sehr viele Menschen, die den vorteilbringenden Irrtum im Kopf haben. Das, ich zeige das nochmal kurz hier. Ja, also. Der erste Früharzt und Frühhändler hat zwar Steinexte dabei, erzählt aber die Geschichte so. Eine Kommune hat die andere nachts besucht, die Getränke flossen in Strömen, es war ein Rausch der Sinne, alle hatten Spaß miteinander, Körperkontakt und so weiter. Ja, es war ein rauschendes Fest der Liebe und so weiter. Realistisch. Und dann hier, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, kommt es irgendwann zu einem Früharzt und Frühhändler, der sich irrt. Und er hat Sprachprobleme über die Geschichte, übersetzt die Geschichte falsch und sagt, ja, eine Kommune hat die andere nachts heimgesucht. Es war ein wahrer Blutrausch, das Blut floss nur so in Strömen und so weiter. Seine Zuhörer bekommen Angst, kaufen ihm massenhaft die Steinexte ab, weil sie denken, sie müssten sich schützen und überlegen zum ersten Mal wieder, nach einer langen pazifistischen Phase der Menschheitsevolution, überlegen sie zum ersten Mal wieder, ob sie nicht ihre Nachbargruppen doch töten sollten, bevor die sie töten können. Und da, so kommt dann eben das Kriegerische wieder und neuerlicher, die Gewalt in die Welt sozusagen, als vorteilbringende Irrtum, als parasitäres Mem, ausgehend von den Waffenhändlern. Und solche Waffenhändler, die dann extrem erfolgreich werden, viele körperliche und geistige Kinder haben und Nachfolger und so weiter, mit denen sich dann, mit deren Erfolg, auch finanziellem Erfolg und wirtschaftlichem Erfolg, sich dann diese Killerviren des Geistes, die ganze Menschheit durchseuchen. Und gerade in diesen Waffenfirmen ist der Glaube daran, dass der Mensch einfach ein Kriegstier ist, das einfach, wo das Krieg zum Leben gehört, und vielleicht deckte sich das dann mit dieser kämpferischen Vorstellung, die man aus Karl Marx ableiten konnte, nämlich sowas Revolutionäres, irgendwie bürgerkriegsartige Zustände. Und vielleicht hat das dann jemandem aus der Waffenindustrie einfach gut gefallen, weil das sich mit seinem Bild der Menschheit als eine Summe von Bürgerkriegen und Bürgerkriegen deckte. Und dadurch breiteten sich dann solche Ideen aus. Solche Ideen. Schluck Wasser. Die davon ausgehen, dass eben Unternehmer, Arbeitsplätze, Schaffer, Investoren und so weiter, alle nur nutzlose Parasiten der Gesellschaft seien und sozusagen die wahren leistungsfähigen in der Gesellschaft die Arbeitnehmer seien, obwohl die komischerweise es ja nicht schaffen, selber Arbeitsplätze zu schaffen und selber Unternehmen zu gründen und so weiter. Aber darüber wird halt nicht nachgedacht, sondern da wird eben, das ist die Eigenschaft von vorteilbringenden Irrtümern, dass man halt ein einfaches Weltbild dann hat, nämlich diese sozusagen reinen Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer, die muss man halt einfach einen Kopf kürzer machen, wie bei der französischen Revolution. Und dann kommt automatisch die ideale Welt. Man fragt sich nicht, wer wird denn dann zum Herrscher? Entsteht dann nicht eine neue Diktatur? Werden nicht nur die Diktatoren ausgetauscht und so weiter? Solche Fragen werden nicht gestellt, sondern dann entsteht das Paradies auf Erden. Die Frage ist dann auch nicht, naja, tötet man nicht dann die Arbeitsplätze, Schaffer? Und kommt das dann nicht zu großen Arbeitslosigkeiten? Oder kommt das dann nicht zu einer Verarmung der Gesellschaft, weil sozusagen gut bezahlte und hochwertige Arbeitsplätze sozusagen wegfallen, weil dann eben die Produkte, die noch gespaut werden, sozusagen und entworfen werden, nur noch minderer Qualität sind, weil die kompetenten Leute entweder den Kopf kürzer gemacht wurden oder das Land verlassen haben oder geflüchtet sind und so weiter. Ja, was bleibt dann noch übrig? Die Mauer wurde ja schließlich gebaut, weil so viele kompetente Leute aus der DDR geflüchtet sind und flüchten wollten und dadurch dann die Qualität der Produkte dann eben nur noch geringer ist. Und wobei es dann, es muss ja nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit kommen, denn die Massenarbeitslosigkeit wird ja durch andere vorteilbringende Irrtümer erzeugt. Ja, denn die Partei Die Linke ist ja auch noch voll von vielen anderen vorteilbringenden Irrtümern, nämlich den Irrtümern der Sozialspartler. Die produzieren ja, oder die haben ja selbst eigene vorteilbringende Irrtümer, eigene Killerviren des Geistes. Ja, also hier der erste Sozialspartler der Evolution, der sagt, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht sozusagen mir selbst Kundschaft verschaffe. Ich muss darauf achten, dass ich weiterhin im Dienste der Bürger tätig bin, die mich ja bezahlen und beauftragen und dass ich nicht anfange, ein Eigenleben gegen die Bürger zu führen und meine Sozialsparte immer größer zu machen und immer mehr Mitarbeiter zu brauchen und mir künstlich neue Arbeit für meine Dienstleistung der Sozialbetreuung der Sozialbetreuung der Sozial- in Notgeratenen sozusagen verschaffe. Das ist ein guter, guter Sozialspartler. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss irgendwann auch ein sich Irrender neben den schwarzen Schafen, die vielleicht mit kriminellen Absichten sagen, nö, ich plündere jetzt einfach meine Auftraggeber aus. Ja, das wären dann die wenigen schwarzen Schafe. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion entsteht auch einer, der sich einfach nur irrt, also keinen kriminellen Plan hat, sondern sich einfach nur irrt und wirklich glaubt, ja, also wir müssen, ja, es reicht, wenn wir den Armen helfen, dass wir das vom Sessel aus machen und zu Hause sitzen bleiben, bloß nicht hingehen und die Arbeitslosen an der Hand nehmen und von, ja, sozusagen Deals mit den Arbeitgebern schließen und die Menschen unkonventionell unterbringen in Arbeit sozusagen, sondern nö, es reicht, wenn ich da im Sessel sitzen bleibe. Also das wäre die Gruppe der vorteilbringenden Irrtümer, die dann zum Nicht-Helfen gegenüber den Betreuten sozusagen führt, zu wenig helfen, ja, so ist das Resultat dieser vorteilbringenden Irrtümer. Und dann haben wir die anderen vorteilbringenden Irrtümer, das sind die der Verwöhnung, ja, wir geben ihnen ein großzügiges Hartz IV, wir geben ihnen ein großzügiges, bedingungsloses Grundeinkommen, dann bleiben diese Kunden, ja, also dann, das hat solche, weil die sonst verhungern würden. Der vorteilbringende Irrtümer heißt, die würden ja sonst alle verhungern. Wie gesagt, ich lebe zur Zeit von ein Euro pro Tag, also man verhungert nicht, sondern wird immer gesünder. Und ja, der Schluck Wasser. Also die, das ist die Gruppe der vorteilbringenden Irrtümer, ja, wir müssen ihnen viel geben, sonst verhungern die uns, ja. Und diese Gruppe führt dann zur Verwöhnung, das ist die zweite Backe der Zange, mit der man die Leute festhält, ohne sich dessen bewusst zu sein, außer die kriminellen schwarzen Schafe, die das natürlich bewusst machen und planen. Aber ich glaube, die sind in der Minderheit. Und dann, die dritte Gruppe der vorteilbringenden Irrtümer ist die, ja, wir lindern die soziale Not, indem wir Mindestlöhne und Tariflöhne und Gewerkschaften erhalten. Ja, denn Gewerkschaften mögen früher mal etwas Gutes gewesen sein, aber heute haben wir ein Sozialsystem, ein ganz stabiles Sozialsystem und ein Sozialsystem in einem Land reicht. Wir haben ganz viele zusätzliche. Denken Sie nur daran, dass die Krankenkassen immer komplizierte Rechnungen machen, wer muss wie viel Beitrag bezahlen und die, die häufiger krank werden, aber ein, und dabei ein geringeres Einkommen haben, werden typischerweise häufiger krank und müssen aber trotzdem einen geringeren Beitrag nur bezahlen. Die, die selten erkrankt werden, sozusagen, müssen den höheren Beitrag bezahlen. Das sind alles zusätzliche Sozialsysteme, die einfach nur Prozesse verkomplizieren. Diese Kosten für die Verkomplizierung der Prozesse sollte man überall einsparen und alles nur einem Sozialsystem überlassen, das eben Menschen, die in Not geraten, sehr gut hilft. Und Punkt aus. Wir haben ja das Prinzip, null Obdachlosigkeit, null Arbeitslosigkeit zu erzeugen, was ja dann echte linke Politik, echte soziale Politik, wir als bodenständige, realistische, vernünftige, naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische, echte Linke, würden ja quasi die Linke völlig überflüssig machen, weil wir nicht, wie die Partei, die Linke, sozusagen, diese vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspartler, weitergetragen hat und übernommen hat, die am Ende einerseits Waffenhändlern dienen, weil Bürgerkriege entstehen, andererseits den Sozialspartlern dienen, weil die denen, die ganze Armeen von sozial verwahrlosten Menschen erhalten, als Kundschaft sozusagen. Und, ja, und das Paradoxe ist ja eben, dieser sich irrende, frühe Sozialspartler, der hat eben den größten Erfolg und seine vorteilbringenden Irrtümer und Killerviren des Geistes, parasitären Meme, breiten sich eben massenhaft aus in der Welt, ja, und dadurch sozusagen kommt es dazu, dass die gesamte Gesellschaft der festen Überzeugung ist, dass Mindestlöhne und Tariflöhne und Gewerkschaften ein linkes Projekt seien, ein soziales Projekt seien, obwohl es ein hoch unsoziales Projekt ist, nämlich, weil es zur Massenarbeitslosigkeit führt, ja. Da gab es ja auch dann die Konfusion, ja. Gerhard Schröder hatte wirklich ein soziales Projekt, er hat also viele Menschen wieder in Arbeit gebracht, aber sein Projekt gilt als unsozial, obwohl es in Wirklichkeit hochsozial ist. Es gilt deswegen als unsozial, weil es ja den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler, die offensichtlich viel Einfluss in der Partei Die Linken haben, eben widerspricht und widersprochen hat und quasi die Zahl der Kundschaft für die Sozialspartler ja drastisch reduziert hat, weil die Menschen ja alle in Arbeit kamen und wieder in die Mitte der Gesellschaft kamen, ja. Und wenn wir jetzt Schröders Reformen nicht hätten, hätten wir jetzt statt drei Millionen Arbeitslose und Obdachlose sozusagen wahrscheinlich sechs Millionen davon oder sieben Millionen davon und sozusagen und alle Arbeitnehmer wären auch ärmer, ne. Also muss man ganz klar sagen hier, sozusagen in die Rote, die linke Partei, würde durch die neue Volkspartei also dann direkt in die Urne und zwar nicht in die Wahlurne kommen, sondern in die Urne der Geschichte des Vergessens. Denn es gibt dann ja eine Partei, die alles, was jemals gut war an der Linken, besser abdeckt, ja. Denn auch, was Sarah Wagenknecht sagt, nämlich, dass man umverteilen muss sozusagen. Manche aus der SPD gehen ja sogar dann weiter als Sarah Wagenknecht und sprechen auch von Enteignungsprozessen und so weiter, dass die dann eben dazu führen können, dass zum Beispiel, wenn ich viel umverteile, dass es dann zur Abwanderung kompetenter, arbeitsplatzschaffender Kräfte kommt in der Gesellschaft, zur Verstärkten, und dann gar nichts gewonnen ist, weil die Gelder dann schon weg sind, die man höher besteuern will und so weiter. Und das haben ja die Bürger geahnt. Deswegen hat ja nirgendwo die Linke jemals in der Nähe von 51 Prozent gestanden oder von einer wirklichen Kanzlerschaft gestanden, und die ja auch mit weniger Prozent möglich wäre. Und von daher sozusagen kann man sagen, die neue Volkspartei, alles, was jemals gut war an der Partei Die Linken, macht die neue Volkspartei besser, weil sie eben, indem sie nämlich die unsozialen Projekte Mindestlohn, also erst einmal beendet ja die Volkspartei, die neue Volkspartei, das Nicht-Helfen der Sozialspartler. Also nochmal, die neuen positiven Anreize bewirken, dass die Irrtumsträger keinen Vorteil mehr aufgrund ihres Irrtums haben, sondern nur noch Nachteile. Sie rücken also in die Aussterbensposition und entweder ändern sie ihr und geben sie ihre Irrtümer auf und finden zur Wahrheit zurück, oder sie sterben aus, machen keine Karriere mehr. Und die Wahrheitsträger rücken hier an die Stelle, die werden zu Vorteilbringenden Wahrheiten, und die Wahrheiten breiten sich rasend schnell und massenhaft überall in den Sozialsparten aus, weil die Rahmenbedingungen neu sind. Und die Next Scientists for Future natürlich die Sozialspartler über ihre eigenen Vorteilbringenden Irrtümer aufklären. Und dann kommt es eben dazu, dass eben sozusagen auch die Sozialspartler selbstverständlich plädieren werden für, erstens werden sie richtig helfen, sie werden die Leute zu Hause abholen und von Arbeitgeber zu Arbeitgeber bringen und nicht ruhen, bis die untergebracht sind, weil ihre positiven Anreize, ihre Belohnungen zukünftig ausschließlich von der Qualität der Unterbringungen in Arbeit abhängen und sozusagen ein Heer von Arbeitslosen ihnen nur noch Verluste bringt, sozusagen. Und genau die Umkehrung der bisherigen Verhältnisse, sozusagen. Und dann werden die natürlich auch plädieren, wir müssen schleunigst den Mindestlohn und die Tariflöhne abschaffen und die Gewerkschaften auflösen, weil das uns auch Geld spart, volkswirtschaftlich und so weiter. Auch die Arbeitslosenversicherung wird ja dann auch sportbillig. Das bringt uns auch nochmal einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das bringt uns alles ein riesiges Wirtschaftswunder. Wenn wir eben dazu hingehen und sagen, wir lassen die Menschen auch für 50 Cent pro Stunde, dürfen die arbeiten für 10 Cent pro Stunde. Hauptsache, sie arbeiten irgendwie und der Sozialstaat sorgt für ein Mindesteinkommen, dass jeder alles hat, was er zum Leben braucht, sozusagen. Sogar mit einer neuen Rechtsschutzversicherung zusätzlich. Alles bekommt, aber jeder in der Gesellschaft arbeitet. Und wenn es ehrenamtlich für 0 Cent ist oder für 1 Cent oder 10 Cent oder 20 Cent, 50 Cent pro Stunde, spielt alles keine Rolle. Hauptsache, jeder Mensch arbeitet. Und dadurch sozusagen kriegen wir einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung, ein riesiges Wirtschaftswunder. Die Summe aller Reformen der Next Scientist for Future soll ja ungefähr 0,5 Billionen, also 500 Milliarden jährlich an Wirtschaftswunder plus auf Dauer brennen. Das verteilt sich dann auf alle Arbeitnehmer und allen geht es besser als vorher. Und die, die vorher Hartz IV Derempfänger waren und so weiter, die haben ja letztendlich durch ihr Mindesteinkommen haben sie alles, was sie zum Leben brauchen und fühlen sich aber als wichtige Mitglieder der Gesellschaft und sind integriert und reintegriert, werden gebraucht, machen sich nützlich und sind damit, haben dann auch bessere Chancen im Liebesleben, weil sie eben einfach Teil unserer Gesellschaft sind. und niemand wird sich mehr dann dafür interessieren, dass sie vielleicht eventuell sozusagen ein bisschen Zuschüsse vom Arbeitsamt bekommen, zusätzlich zu ihrer Arbeit sozusagen. Und das wird niemanden interessieren, denn das wird ja alles so gemacht, auch dann die Umzüge, wenn irgendwas ansteht oder so, weil man eine teure Wohnung sich nicht mehr leisten kann wegen irgendeiner Veränderung. Das wird ja alles so neutralisiert, dass also ganz normale Autostransporter von ganz normalen Umzugsunternehmen sind, sodass also niemand mehr mitkriegt, wer bekommt noch Zuschüsse vom Arbeitsamt und wer ist völlig frei von diesen Zuschüssen. Und dadurch sind alle Menschen wieder in der Mitte der Gesellschaft und alle haben sie alles, was sie zum Leben brauchen und ernähren sich gesund, leben gesünder und so weiter. Das heißt also, und das ist echt soziale Politik. Und das heißt, wir haben dann null Arbeitslose, wir haben null Obdachlose, wir haben fast null Kranke, wir haben fast null Kriminalität durch die Reformen der Next Scientist for Future. Ich kann jetzt nicht alle schildern, aber es geht immer darum, dass jede Branche, jede Branche oder besser jede Sparte, die Sparte innere Justiz, innere Sicherheit, alle Beteiligten, die Rechtsanwälte durch die neue Rechtsschutzversicherung, die Ärzte, alle werden sie nur noch für Gutes tun, gezielt belohnt und nicht für Geschäfte, also Geld verdienen, anhand des Leidens der Bevölkerung, anhand der Krankheit viel Geld verdienen, anhand von Rechtsstreitigkeiten viel Geld verdienen, anhand von Kriminalität viel Karriere machen und so weiter, sondern alle werden belohnt, wenn sie das Schlechte verschwinden lassen. Nur noch dafür werden sie zukünftig durch die gezielt gesetzte positive Anreize belohnt und für alles andere gibt es keine Belohnung mehr oder auf jeden Fall sind die gezielten positiven Belohnungen so viel stärker als die versteckten Fehlanreize und die versteckten Belohnungen für Fehlverhalten, dass alle nur noch allen dienen. Alle dienen allen. Und dieses Prinzip können eben die Next Scientist for Future nach, so wie ein Wissenschaftshandwerker, wie ein Schreiner, der 50 Jahre, ein Holzkünstler, der also 50 Jahre Berufserfahrung hat, können diese Wissenschaftshandwerker, Next Scientist for Future, diese Wissenschaftshandwerker im Bereich Staatsmanagement, und Reformdesign, jede Reform so lange polieren und schleifen und, 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 und feilen und so weiter, bis sie richtig gut wird und dann können sie sie auch noch perfekt warten, sodass sie auf Dauer gut funktioniert bei eventuellen Veränderungen und dann, das können die Wähler wählen, weil davon sind die Wähler begeistert, wenn plötzlich eine hochsoziale Gesellschaft entsteht, in der jeder jedem dient und jeder für jeden das Gute tut und nichts anderes, Schluck Wasser. Dadurch sterben nämlich dann auch die kriminellen schwarzen Schafe aus, weil sich eben das Verhalten eines schwarzen Schafes durch nichts mehr rechnet, sozusagen. Also ich hoffe, es ist jetzt jedem deutlich geworden, dass also, wenn alle vernünftig sind, rund um die, oder zumindest eine der neuen Volksparteien, wenn also jetzt wir 2020 wirklich da, zum Beispiel Dr. Bodo Schiffmann oder irgendein anderer Promi sich zur Partei stellt und damit eine Tour durch die Sender beginnt im Internetfernsehen und diese Tour mindestens 20 Millionen Klicks erreicht, dann wäre es ganz schnell aus mit der Partei Die Basis und mit der Partei wie wir2020.eu, sozusagen, weil Promis allein keine Tore schießen, weil bei den Wählern läuft man nur offene Türen ein, ja, es würde ja dann im Internet wie ein Lauffeuer rumgehen. Ja, hoppla, die neue kommende Partei würde zwar meine liebgewonnene Partei Die Linke kaputt machen, also und die zum Verschwinden bringen, ja, aber die sind ja noch, die haben ja viel bessere Reformen als die Partei Die Linke. Da wird es ja null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit bekommen, alle Menschen wären wieder Teil der Gesellschaft und so weiter, jeder wäre wieder mittendrin in der Gesellschaft, es gäbe nicht mehr diese Verwahrlosten und Ausgegrenzten und so weiter und ich selbst komme raus aus der Verwahrlosung und so weiter, ja, und so würden die Leute argumentieren und überall würde sich das rumsprechen, hoppla, die haben ja die, die haben ja super Reformen, die müssen wir wählen, ja, und dass die nebenbei natürlich auch noch dafür sorgen, dass es nie wieder Schweinegrippe und nie wieder Corona geben kann und dass sofort alle Maßnahmen beendet werden, das ist ja selbstverständlich, aber, ja, und dann plötzlich, dann, dann können es die, was weiß ich, 28 Prozent locker sein, die man braucht, um dann den Kanzler zu stellen oder, ja, vielleicht reicht es auch, um den Kanzler zu stellen, schon 25 Prozent, ja, ich habe ja schon gesagt, das reicht ja, wenn man die CDU übertrifft, ich gehe nochmal auf die Zahlen, ja, man muss sich sagen, also bei 44 Prozent für die neue Volkspartei würden ja schon 11 Prozent von den Grünen weggenommen würden, sie würde, von den jetzigen, wie war das, jetzige 15, nee, 19 Prozent minus 11 wären dann, ja, acht Prozent, acht Prozent, ja, acht Prozent, ja, das heißt, also, die anderen Parteien würden ja schon bei 30 Prozent für die neue Volkspartei, würden die anderen Parteien ja so deutlich schrumpfen, dass jederzeit eine Kanzlerschaft dann schon möglich wäre, auch wenn, wenn nur die neue Volkspartei nicht 56 Prozent erreicht, also ihr volles Potenzial ausschöpft, sondern nur, sondern nur, sozusagen nur, ja, vielleicht 25 bis 30 Prozent ausschöpft, dann ist die Kanzlerschaft schon da, also das heißt eigentlich, und hier steht es nochmal, mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent, und das ist schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine wissenschaftliche Studie, liegt der tatsächliche Wert, auf den es am Ende in der normalen Wahl hinauslaufen könnte, ist in der Grundgesamtheit zwischen 31 und 57 Prozent, und das gilt nur für die 44 Prozent Kondition, 35 Minuten Information, ja, also 31 Prozent würden locker ausreichen, um den Kanzler zu stellen, und diese Studie sagt, das sei so gut wie sicher, dass also 31 Prozent auf jeden Fall erreicht werden bei 35 Minuten Kennenlernzeit für die Wähler, und bei 56, bei 50 Minuten wäre es dann noch deutlich höher, also, also von daher brauchen wir uns keine Sorgen machen, wir müssen uns jetzt nur Sorgen machen dafür, die Partei wir2020.de hat schon den Kontakt, ach so, wo finden Sie das übrigens, ja, Sie finden das dann hier, Das finden Sie hier auf dem Live-Ticker, hier war es, gell, die wichtigsten Sendungen, die wichtigsten Sendungen, Diskussionen mit externen Reformern, hier, einfach hier draufklicken, da finden Sie alle Sendungen, auch mit und von wir, Partei wir2020.de, sozusagen, mit den externen Reformern, mit Economy for Mankind, Lösungen.jetzt, und, ja, Herr Gast, vertreten durch Herrn Gastmann, und, und eben nextscientistsforfuture.de, vertreten durch zwei Mitglieder vom Weltrat, beziehungsweise nextscientistsforfuture, ja, und, da finden Sie alles, ne, ich kann das ja mal hier anklicken, denke neu im Tab, ja, dann finden Sie hier alles, ach so, ich habe den Fehler gemacht, man muss ja immer rüberziehen bei dieser Größe, ja, hier die wichtigsten Sendungen, da finden Sie massig Sendungen, ja, über Reformkonzepte, und wenn dann sich rumspricht, ja, also, die Basis hat zwar viele Promis, und die EU hat die Ivarosen, und so weiter, ja, aber, äh, die richtig guten Reformen, mit denen wir, äh, nie wieder Schweinegrippe bekommen, und die diese Tür für immer zumachen, ja, also, und, und die also, äh, sozusagen auch dann noch das ganze Land, in ein Wirtschaftswunderland, und in, in ein glückliches Land für uns alle verwandeln, das ist nur wir2020.de, ja, dann, dann ist die Wahl gelaufen, ja, dann ist klar, wer gewinnt, ne, und, äh, 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 ja, und wir haben acht Wahlen im nächsten Superwahljahr, und dann hangelt man sich von Wahl zu Wahl hoch, die erste Wahl reicht ja aus, wenn man sechs Prozent kriegt, und denn, weil dann, äh, die große Berichterstattung in den Großmedien so richtig beginnt, ja, und dann geht's los, äh, denn dann, äh, dann erreicht man sehr schnell diese 50 Minuten Information, und, äh, das wird dann dazu führen, dass, äh, 56 Prozent der Wähler sagen, ja, hoppla, jetzt haben wir endlich eine richtig gute, echte Alternative, denn, äh, die, bisher war das ja nichts Richtiges geworden, na, so, ne, und jetzt haben wir wirklich kompetente Reformer, die wir wählen können über die neue Partei, die neue Volkspartei, ne, und dann tun wir das auch, ne, und, ja, das ist der, der Gang der Dinge, ne, das ist, äh, äh, der Gang der Dinge, und, ja, also ich hoffe, dass es jetzt jedem verständlich geworden ist, dass, selbstverständlich, das Aufkommen dieser neuen Volkspartei, Volkspartei, das sofortige Ende, erst mal, schon mal der Linkspartei, wir führen diese Serie natürlich weiter fort, wir müssen darüber sprechen, als nächstes würde ja dann wahrscheinlich die FDP aussterben, aber erst mal, da wir ja die bodenständige, echte Linke sind, sozusagen, ist ja klar, dass, dann auch die Wähler, die früheren Wähler der Linkspartei, auch ganz schnell zu der neuen Volkspartei überlaufen würden, ja, und, und dann eben, äh, das Aus für die sympathische Sarah Wagenknecht, das bedeuten würde, und für die Linkspartei, ja, und welche Rolle jetzt, welche Partei, die Basis, welche von den vier Parteien am Ende da bei der, bei der neuen Volkspartei, sozusagen, der Mitte mit einer Prise links, dann am Ende spielen wird, ob wirklich Professor Back, die eine Rolle spielen wird, Dr. Kühlenlein, Dr. Füllmich, Rechtsanwältin Viviane Fischer, Dr. Schiffmann, Eva Rosen, ob die alle eine recht wichtige Rolle spielen würden, wird sich zeigen, und, ja, ich werde, morgen darauf dann eingehen, welche, mit welchen Inhalten, diese neue Volkspartei, die Inhalte der FDP, überflüssig macht, die ja sowieso nicht besonders nützlich waren, die Inhalte, und, äh, diese Partei dann auch, äh, sozusagen zum Verschwinden bringen wird, ja, das war's ja dann schon wieder, für diese wissenschaftliche Tagesschau heute, Tschüssi, bis bald, mhm, mhm, mhm,